Was ist das BBK und was macht es? Das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist das Amt in der Bundesrepublik Deutschland, das sich mit Maßnahmen des Zivilschutzes befasst, namentlich zur Vorsorge auf den Verteidigungsfall, zu den Aufgaben des Amtes, das im Übien auch Kompetenzzentrum in der Katastrophenhilfe ist, gehört unter anderem die Information der Bevölkerung zur Stärkung des Selbstschutzes, zu seinen Aufgaben gehört die Warnung der Bevölkerung, hier ist die Warn-App NINA bekannt, weiterhin gehört zu seinen Aufgaben die Förderung des Ehrenamtes, im Endeffekt sind über 90% der im Bevölkerungsschutz Tätigen dort ehrenamtlich tätig, zu den Aufgaben des Amtes gehört schließlich der Schutz von Kulturgut, insbesondere durch die Mikroverfilmung historisch wichtiger Dokumente und schlussendlich gehört zu den Aufgaben des Amtes auch die ergänzende Ausstattung, namentlich Spezialfahrzeuge, die den Feuerwehren und Hilfsorganisationen für Zwecke des Bevölkerungsschutzes in den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Wie profitieren die Bürgerinnen und Bürger von den Leistungen des Amtes? Die Leistungen des BBK für den Bürger sind vielfältig. Unmittelbar profitiert er von seinen Ratgebern, etwa dem Katastrophenratgeber und den Ratgebern für besondere Gefahrenlagen wie Starkregen und Hochwasser oder Erdbeben. Weiterhin gewährt das Amt psychosoziale Unterstützung im Falle von Unglücksfällen im Ausland durch eine Nachsorge-Opfer- und Angehörigenhilfe. Mittelbar profitiert der Bürger auch von den weiteren Leistungen des Amtes, so seinen Risikoanalysen und den Konzepten für kritische Infrastrukturen wie etwa die Stromversorgung. Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig? Besonders wichtig an der Arbeit des Bundesamtes ist mir, die Fähigkeit der Bevölkerung zu stärken, sich selbst zu schützen und sich gegenseitig zu helfen. Ziel des Amtes ist schließlich, für den Krisenfall vorbereitet zu sein und den Schaden in Grenzen zu halten. Dafür will ich mich einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.